Musik Segen bringen, Segen sein, unter diesem Motto läuft die Gieser-Wir-Sternsinger-Aktion 2021, auch bei uns in Gronau, St. Antobus. Leider werden die Kinder nicht von Haus zu Haus ziehen können, um sie zu besuchen, ihnen den Segen zu bringen für das neue Jahr. Aber wir haben uns etwas anderes überlegt. Die Messdiener-Gemeinschaft St. Antonius wird dafür sorgen, dass sie den Segen bekommen. Ob in Form von einem Stück Kreide oder geschrieben, gedruckt, Hauptsache gesegnet, werden wir es ihnen zukommen lassen in einer Tüte mit weiteren Informationen zur Sternsinger-Aktion mitgebeten. Und wir hoffen, dass wir auf diese Art und Weise diese gute Aktion, wo Kinder für Kinder Segen sein möchten, dass wir diese Aktion auf diese Weise auch in Gronau, St. Antonius, gut unterstützen. Wir hoffen auf Ihre großherzige Spende und freuen uns darauf. Herzlichen Dank und Tschüss. Wir heiligen drei Könige mit unserem Stern. Wir ziehen durch die Lande und suchen den Herrn. Uns hinab kein Schnee, kein Eis und kein Wind. Wir singen und allen zum himmlischen Kind. Ihr Leute, wir tragen euch vor unsere Bitt. Gebt frohere Gaben fürs arme Kind mit. Ihr könnt mit uns die Welt verändern, mit uns ein Segen sein. Ihr könnt mit uns der Erde Gutes tun und Friedensboten sein.